hallo und herzlich willkommen bei mr kuno 7011 zum let's play auf der playstation 4 heute wollen wir mal ein bisschen die höhle erkunden und material abbauen zum bauen so dann wollen wir mal los starten mal sehen was uns dort erwartet wenn die höhle was wir alles da so schönes hin ich hoffe ich habe alles bei spitzhacke und schippe und was essen und kerzen nach fackeln und hier fangen wir schon mal gleich mal an ein bisschen kohle abzubauen nehmen wir alles mit brauchen wir doch alles füllen wir in kohle ja und das war es dann erstmal hier gehen wir jetzt erstmal tiefer müssen wir einfach ein bisschen was umpacken ein licht machen dafür auch was sehen können da geht es tief runter glaube ich da können wir noch später mal gucken fledermaus war auch schon zu hören auch hier ist eine große wand vor schauen wir mal hier lang und das kohle oder kann man immer gebrauchen zum umwandeln für für die steine zum brennen und da ist auch eisen auch noch besser eisen kohle das ist gut oder schön einsammeln ach du scheiße was haben denn da das darf man ja nicht sagen was haben wir denn jetzt hier schönes einmal gekriegt platten weizen nehmen wir alles mit sattel noch eine platte und muss erstmal hier glaube ich noch sichern so gesichert gott sei dank noch mehr schallplatten ein bisschen was zu essen ein brot eisen einmal wieder weizen und noch einen sattel hervorragend das ging ja gut hier meine fresse gleich rein hier und gleich sowas gefunden so licht machen das auch was sehen können hier ach da ist noch wieder kohle das brauchen wir ja alles wir müssen hier unsere stadt neu aufbauen da brauchen wir ganz viel material ja es war ein jammer von der stadt abgestürzt ist geschafft wegen diesen surfer ausfall hier ist dunkel hier müssen wir einfach ein bisschen ausleuchten dass ihr was sehen könnt aber seitdem hatten wir gerade erst ein surfer ausfall seitdem läuft er stabil vielleicht haben sie was dran gemacht das tat eben wie ein creeper das war ein creeper kohle alles voller kohle hier auf die kommen auch wieder raus hier ist ja auch solche sache immer haben wir hier in der höhle geht auf material suche und erkundigungen so was haben wir denn hier noch wasser das wasser denn her da oben hat ihn was seltsam geleuchtet ich glaube ich muss einmal den wasserzufluss dazu machen mal sehen komme ich hier oben lang wir kommen da oben lang kontakt gott sei dank jetzt haben wir dicht gemacht ach du scheiße eine spinne schon wieder ja geschafft wissen hell machen die monster uns nicht hier überfallen können sieht doch sehr seltsam hier alles aus meine fackeln sind alle aber das licht da oben das denn hier kohle eisen und ich höre schon hier eine spinne und irgendwo noch mehr eisen das brauchen wir alles alles mitnehmen oh mein freund der creeper war schon wieder da mensch ich sehe den gar nicht immer und schleichen sich immer von hinten ran wo sind wir denn jetzt hier angekommen wenn wir hier lang da sind wir jetzt hier lang hat mich schon verlaufen was haben wir hier ach hier habe ich meinen ausgang der ist gut ja dann können wir hier nochmal zurück gehen und weiter suchen achso hier war das wo es so tief runter ging das muss ich einmal sichern dann kann ich runterfalle darum sehe ich noch kohle ja die brauchen wir alle schön alles einsammeln gehen wir mal hier lang ach da haben wir hier schon wieder wasser machen wir erstmal zu hier das was uns nicht stört Fackel anbringen oh da höre ich es ja schon wieder von Unbokenon hier komme ich da ran komme ich da ran ja komme ich ran also was essen ok schon wieder runter wo sind die viecher eine kohle kohle noch einer wie kommen die alle herrn ja was wollt ihr immer von mir vielleicht genug die cola bauen ach schon wieder ein creeper so ein bisschen in sicherheit bringen so und wie es weiter geht sehen wir in den nächsten folge ok tschüss sagt euer kuno so